Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 27. November. Heute haben wir dabei Alexa, Outlook, Join, WhatsApp und Twitter. Beginnen tun wir mit der Alexa von Amazon. Die bekommt nämlich zwei neue Sprachfeatures. Allerdings erstmal wieder in den USA und wann die nach Deutschland kommen, das steht erstmal wieder im Raum und in weiter Ferne. Aber in Amerika können sich die Nutzer darauf freuen, dass die gute Alexa ein bisschen emotionaler reagiert. Beispielsweise erregt ist oder enttäuscht oder glücklich. Und das soll wohl ganz toll sein, wenn man sich beispielsweise auch Gaming und Sport anguckt, wo ein bisschen Emotion der Stimme bestimmt gut tut. Das andere sind Speaking Styles. Das sind kuratierte Text-to-Speech-Stimmen, die darauf abzielen, dass halt ein bestimmtes Feeling auch vermittelt wird. Beispielsweise, wenn die Alexa Nachrichten vorliest, dann können die im Stil eines Nachrichtensprechers vorgelesen werden. Und das ist natürlich dann auch ein ganz anderes Erlebnis. Sehr schön und wir haben vom Kashihausen-Blog auch einen Link dazu in den Shownotes. Da sind auch diverse Samples dieses Features. Natürlich in Englisch. Könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr dann neugierig seid. Nächstes Thema Outlook. Outlook.com aber, um genau zu sein. Das ist ja immer noch ein Unterschied bei Microsoft. Und Outlook.com sollte auch bald Gmail unterstützen, was sehr schön ist. Und wenn man das nutzt und wenn man einen Chrome-basierten Browser nutzt, dann gibt es nämlich jetzt auch eine Progressive Web App. Sprich, man kann sich aus dem Browser heraus das Ganze als App auf seinem System installieren. Das macht man ganz einfach, indem man auf das Plus oben klickt oder halt auf die drei Punkte in der Web-Oberfläche bei Outlook.com. Und dann kann man es installieren. Also schöne Sache, wenn ihr das nutzt, guckt es euch doch mal an. Und auf zum nächsten Thema Join. Join. Das ist der Streaming-Dienst der ProSiebenSat.1-Gruppe. Und die werden jetzt auch ein Premium-Angebot einführen. Das ist jetzt erstmal keine Überraschung. Irgendwie muss ja Geld verdient werden. Und das Premium-Angebot heißt Join++. Ja, also wirklich großgeschriebenes Plus. Und dann das Plus-Zeichen dahinter. Ist jetzt auch nicht unbedingt die Krönung eines Namens. Aber es ist, wie es ist. Und er startet wohl mit 3,99 in den ersten drei Monaten. Und danach wird es 6,99 kosten. Dafür bekommt man halt zusätzlich noch Premium-Serien, Originals. Und kann halt Live-TV-Sender sehen. Teilweise auch Pay-TV-Sender aus der ProSieben-Gruppe. Und ja. Muss mal gucken, ob das Sinn macht oder nicht. Ich finde Join eigentlich ganz nett, weil die Oberfläche sehr schön aufbereitet ist. Und auch D und ZDF sich darin wiederfinden. Und auch gerade das Live-TV-Angebot hat mich echt überrascht. 3,99 könnte ich mir vorstellen. 6,99 finde ich schon wieder zu teuer. Da würde ich mir was Modulareres wünschen. Aber wie gesagt. Es ist, wie es ist. Schaut rein, wenn es euch interessiert. Nächstes Thema. WhatsApp. Die haben auf iOS ein Update bekommen. Und da gibt es jetzt die Funktion für einen Zweitanruf. Sprich, ihr telefoniert über WhatsApp. Und es ruft euch jemand an. Dann bekommt ihr dann eine Info. Und dann könnt ihr den anderen Ruf halten. Den anderen annehmen. Also das klassische Makeln. Was viele auch noch ganz normal vom Smartphone kennen. Das geht dann auch in WhatsApp. Das war es dann auch schon dazu. Und letzte Neuigkeit. Twitter hat bekannt gegeben, dass sie jetzt inaktive Accounts anschreiben werden. Aktiv bis zum 11. Dezember. Und diese Accounts auffordern, doch aktiv zu sein. Und wenn nicht, dann werden die inaktiven Accounts gelöscht. Und dann werden die irgendwann freigegeben. Und man kann sich dann einen Namen sichern, den man vielleicht schon länger haben wollte. Die Policy gibt es schon länger bei Twitter. Aber Aktivität bedeutet auch, dass sich einer einfach einloggt und bei Twitter liest. Also er muss nicht selber tweeten. Das habe ich selber schon mal früher gemerkt, als ich einen inaktiven Account claimen wollte. Und ja, jetzt wird auf jeden Fall aufgefordert, auch zu tweeten, sich zumindest einzuloggen. Und wenn das nicht passiert, dann werden die Accounts entsprechend freigegeben. Wie lange das dann dauert, das hat Twitter noch nicht bekannt gemacht. Aber schauen wir mal. Ich finde es auf jeden Fall gut. Da werden ein paar Twitter-Leichen bereinigt und vielleicht ein paar Leute glücklich gemacht, die schon länger einen Account für sich oder ihre Firma nutzen wollten. So, das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen tollen Mittwoch. Bergfest. Bleibt positiv. Und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.